Ok, ich geh pennen. Erstmal Kuschelsachen anziehen und dann Tower of Fantasy spielen. Was ist denn Tower of Fantasy? Ist das ein Tower-Defense-Spiel? Ich habe ja aktuell wieder die Sucht von einem... Drück mal M bitte. Also sowieso bei jedem eine andere Karte, ne? Falls jetzt gucken willst, wo ich auf der Karte bin, aber wir haben eine andere Karte. Guck mal, wie cool das aussieht, was Karl hier gemacht hat. Ok, von oben sieht es tatsächlich nice aus, ne? Deshalb wollte ich ja gucken. Habe ich mich auch gefragt, aber wir haben gerade eben... Ich glaube vor zwei Stunden haben wir ein Video angeguckt, weil ich nicht wusste, wo es etwas gewisses gibt. Ich habe auch wieder vergessen, nach was ich gesucht habe. Und dabei ist mir aufgefallen, da hat sich meine Frage beantwortet, hat jeder dieselbe Karte? Dabei ist mir aufgefallen, die hat eine ganz andere Karte. Das heißt, die wird prozedural generiert und ich muss sagen, ich weiß halt nicht, ob ich jetzt die geilste Karte erwischt habe. Ich finde meine geht bestimmt noch geiler. Aber naja, ich bin zufrieden. Ist wie Genshin nur als MMORPG. Bis jetzt finde ich... Aha, aha, aha. Aha, aha. Genshin ist halt ein geiles Game. Habe ich auch mit Kali gefeiert. Das wurde aber nach ein, zwei Wochen sehr langweilig, weil wir es nicht wirklich zusammenspielen konnten. Du kannst bei Genshin halt bloß, also du kannst zusammenspielen, aber halt sehr bedingt. Immer bloß diese Innis und das hat uns ein bisschen genervt. So, einer sagt, ja es ist frei, der andere sagt 17 Euro. Bin erstmal raus. Alles sehr schnell, gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Gute Nacht, schlaf gut, bleib gesund. Ich hoffe wir sehen uns dann morgen um 17 Uhr wieder hier auf dem Kanal. Aber morgen zocken wir ein bisschen was anderes. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch morgen gegen Abend, Spätabend, dass wir auch das hier wieder zocken. Also ich habe nichts für das Spiel gezahlt. Also ganz ehrlich, erstens will ich wissen was das ist. Wir gucken uns das jetzt an. Der Tag ist eh gelaufen. Let's do this. Jo, das passt doch. Das passt doch. Ich glaube mit Mining Level 20 kriegen wir auch wieder was geiles dazu. Ah, ist kostenlos. Okay. Oh nein, jetzt habe ich schon weiter gemacht, ich voll Idiot. Ich habe schon weiter gemacht. Support ist kein Mord. Eben, Support ist kein Mord. Ja. Okay, der ist nicht... Hast du denn schon abonniert, Schnucki? Ja. Ja. Ja, stimmt. Haben wir ja letztens festgestellt. Da wusste es ist aber noch nicht. Hat 22 Gigabyte. Also geht schnell. Ja geht schnell, aber wie gesagt, ich kann das heute nicht machen. Ich muss morgen... Kann man denn zusammen fressen? Ich muss morgen arbeiten, das ist schwierig, wenn ich da jetzt die Nacht durch mache. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt ein richtiges MMO. Ich wurde ja gerade schon oben im Chat geschrieben, dass das ein richtiges MMO ist. Nicht so halt mit Party rein joinen und dann kannst du mit dem eine Instanz machen. Aber anscheinend kannst du richtig zusammen alles machen. Soll ich dir mal zeigen, was ich alles Neues habe? Ich habe viel geschafft an dem einen Tag, wo du gefehlt hast. Kannst du wieder passen? Wahrscheinlich nicht. Gibt halt Menschen, ne? Da stellst du wie ein Gänchen... Aber da hatte eine Katzenohren. Ach stimmt. Komm mit, Schnucki. Ich weiß, du willst nebenbei essen, aber... Ich muss das zeigen. Komm mit. So, das erste was ich gemacht habe, ist folgendes. Mal gucken, ob es dir auffällt. Noch ein Häuschen. Denk dran, die musst du jeden Tag betütteln, ne? So, hier fehlt natürlich Essen. Bezüglich des Essen. Komm mal mit. Haben wir jetzt auch was. Und zwar... Geh mal hier an die... War das die hier? Geh mal hier an die Kiste und hol mal 10... Grashamen von irgendetwas raus. Ne. Ja. 10 Grashamen von irgendwas? 10? Ja. Dann steck's mal da rein. Dauert unglaublich lange, aber da kommt Tierfutter raus. Oha. Ja man. Das ist cool. Ja. Ja. Und das hier hat anscheinend... Das habe ich jetzt mal gebaut, was wir vor Ewigkeiten bekommen haben. Aber das hat anscheinend auch gar keine Funktion hier in der Version. Hast du denn in der Zeit auch die Felder gegossen? Da war mir a nicht bewusst, dass ich das machen muss und b wusste ich nicht wo die Gießkanne ist. Achso stimmt, die hat es zu mir gegeben. Also ne, müsstest du dann wahrscheinlich... Oh, jetzt sehen wir das mal tagsüber. Guck mal, was Kali hier gemacht hat. Oha. Sieht auf der Map ziemlich cool aus. Da hat jemand ins Wasser geschissen. So, ähm... Du hast auch nicht wie ein Genshin nur einen Charakter und du kannst, äh, ihn selber gestalten. Dafür hast du, äh, immer drei Waffen. Ja, ist ja auch egal. Das war nicht wie ein Genshin, nur einen Charakter. Aber einen Genshin hast du doch viele gehabt, oder? Oder du meinst so eine... Ein Char... Ein Charakter und du kannst ihn selbst gestalten. Dafür hast du, äh, immer drei Waffen. Ja, ist ja auch egal. Also, klingt auf jeden Fall cool. Wir haben nämlich nach einem Genshin-Ersatz gesucht, tatsächlich. Und das ist krass. Genau, du hast ein Genshin mit vier Charaktere und dort hast du... Äh, nur... Achso, okay. Da hast du halt immer nur einen. Okay, gut. Ja, ja. Mit den... Ganz ehrlich, mit den vier Charakteren würde er auch gar nicht funktionieren als MMO. Also, als richtiges. Weil da würden ja immer viel zu viele Leute rumrennen, weißt du? Das ist schon natürlich ein krasses Indiz darauf, dass wir halt... Oh, wir müssen Gras anpflanzen, ohne Ende. Dass wir hier durchhieden können, damit die Hühner jetzt immer... Damit wir Essen machen können für dich. Ah, jetzt kann ich hier nicht verkaufen. Es war schon wieder Sonntag, Schatz. Ich habe das Gefühl, es ist jeden Tag Sonntag. Ähm, Check hängt direkt vorm Eingang. Ich komme nicht in den Laden rein. Check! Okay, ich konnte mich durchmachen. Er sitzt an der Türlehne. Am Türrahmen. Du kleiner Pisser. Der Chill da gemütlich und keine Sau kommt rein. Was ist denn da los? Check ist irgendwie komisch geworden, oder? Ja. Also seitdem hier... Ne? Der Museums-Dude da ist schwierig. Schwierig. Ne, dir auch nicht. Den auf jeden Fall. Riesig nicht. Ja komm, mach mal auch noch weg. So, endlich kann ich verkaufen. Wie viel bringt's? 81.000! Luki, soll ich unser Haus upgraden? Ja. Ja, ne? Wollen wir mit Schlüssel nochmal in die... Komm, ich habe ein Problem. Müsste der jetzt nicht angelaufen kommen? Kommt der jetzt nicht eigentlich angelaufen? Ne, der kommt nicht angelaufen. Normalerweise kommt der doch und sagt, was das Geiles ist, was er da hat. Das da. Ist das denn bei? Ein Wheelbarrow? Ein Pass? Ein Rad? Was ist ein Wheelbarrow? Schubka aber nicht. Ah, das kann natürlich sein. Boah, ne, die kostet auch mal ein bisschen zu viel. Da sag ich mal nein. Auf jeden Fall schon mal wieder eine Minen-Lizenz. Und dann kann ich mir das Haus wieder nicht mehr leisten. Die größte Frage ist, wie kommst du da dann jetzt wieder raus? Ja, das ist... Das ist, äh... Ja, weiß ich nicht. Komm nicht... Fami meint, ich komm hier nicht raus, bevor der Laden nicht leer gekauft ist. Ja, eigentlich macht der auch miese. Wir verkaufen die ganze Zeit. Er gibt Geld, aber wir kaufen nicht. Ja, ja. Das größte Negativgeschäft, was es gibt auf diesem... Hä, wie bist du jetzt rausgekauft? Ich bin auf seinen Kopf gesprungen und oben, da gibt es keine Kollision. Da bin ich einfach drüber. Ja schon. Ja, ja. The Master Move. Ja, warte mal. Das Haus werde ich gerne upgraden, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Monetas. Jetzt. Cash. Ich könnte ein bisschen angeln. Dööp-da-döp-dup Sieh ich jetzt erst, wenn du die Angel ausgeschwungen hast. Oh nein. Kannst du ja nochmal nachjustieren mit deinen... Ahh. Und sich noch links und rechts drehen. Cool. Jetzt haben wir ihn. Er ist an der Leine. Komm schon, Kleiner. Dir geht die Puste aus schneller als ich. Er ist voll krass, wenn die Fische unter diesen komischen Kleeblättern darf. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Diese Lotusblätter oder so. Seerosenblätter, glaube ich. Okay. Ich glaube, es sind Rosenblätter oder so. Seerosenblätter, ne? So, ich brauche mehr Fische. Alles nicht so lukrativ hier. Ich glaube, ich verkaufe ein paar Eisenbachen langsam, weil wir die nicht mehr brauchen. Was? Das ist schon lecker. Ja, ne? Hast du schon aufgegessen? Ja. Ich bin irgendwie absolut. Oh, da kam sogar noch ein etwas größerer Fisch. Ich glaube, es ist ein Bruder. Selbe Spezies, aber ein bisschen größer. Entweder typischer Meckes-Gänger. Der kommt immer auf den Fischburger. Wo ist er denn jetzt hin? Da ist er, da ist er. Hopp. Er rennt halt einfach weg. Diese Ehrenlose. Komm ran. Den haben wir auch an der Leine. Werd ich da gar nicht. Eigentlich könnte da auf der anderen Seite jemand stehen und einfach einsammeln, den Fisch. Den kriegst du easy raus mit den Händen. Der ist schon. Wie seid denn ihr auf... Ich bin jetzt nicht am Schwitzen, ey. Es ist anstrengend. Wie seid denn ihr auf Tower of Fantasy gekommen? Also, wie... Also, ich hab noch nie was... Wie heißt das Game? Tower of Fantasy. Ich hab noch nie was davon gehört, Leute. Noch nie. Ja, ich auch nicht. Was? Ich mein, die müssen ja irgendeine Werbung machen. Irgendwo muss das ja vorgekommen sein. Wo haben... Was war denn die Werbeplattform? Okay, er auf die Schrift stellt. Es ist ja noch gar nicht da. Es gibt es ja noch gar nicht. Hä, aber... Wie... In Shiluzifa hat gemeint, sie... Wie das aktuell, oder? Ja, bei Steam gibt es das auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht ist Veröffentlichungsdatum... Ähm... H2? Scheiße, das Spiel gut. Ach so, zweites Halb. Hab ich gerade voll verjagt. Welches? Was? Welches Game? Was? Ich mag MMOs, also schaue ich mir, äh... Ach so, du hast dann geguckt, was es Neues an MMOs gibt. Ja, okay, gut. Hab ich damals auch noch gemacht. Ich habe ja jedes MMO damals gespielt, was es gab. Ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Hab ich mich natürlich auch... Ja, bei Steam geht es noch nicht. Man muss... Ach so. Ja, gut. Bei Steam soll es erst im zweiten Halb bekommen. Also jetzt irgendwann. Wie so viele Spiele. Alles schwierig mit dem. Das ist, äh... Ich weiß nicht. Also der hat langsam, glaube ich, keinen Bock mehr auf seinen Job. Ne? Ne? Ja, der war ne Luftschild. Schwierig. Okay. Und da zahlst du 11.000? Ich glaube, das reicht, ne? 11.000 könnte... Ja, dann gucken wir mal, ob wir unser Haus upgraden können, oder? About my house. My house. In the middle of a street. My house. I want to upgrade my house. 220.000. Geil. Okay. Besitze ich nur noch 1.700, aber... Okay. Es ist... Ja. Auftrag. Ja. Haben gerade 220.000 fürs Haus bezahlt. Ja. Moment mal. Es ist ja direkt schon groß. Stand da nicht, wir müssen Material... Oder... Ne, doch. Wir müssen Material noch reintun. Willst gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Äh, Nägel. Beats. 1,2,3,4. 20.000. Und Palmenblätter. 20.000. Gum, Palm, Nägel. 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 Gum. Und ein paar Nägel. Gumpalm-Nägel. Oha, okay, fehlen uns sogar noch Nägel. Neun Stück brauchen wir noch. Äh, zwei Stück reichen. Die Anzug-Tossi ist ja da. Oh, stimmt. Ich wollte mich bei denen reinschleimen. Scheiße. Mach ich gleich noch. Die dürft ihr ja theoretisch. Eigentlich müsste die jetzt schon drei Viertel haben. Bist du am Shop noch, Schnucki? Ja. Sie hat erst die Hälfte. Ich verstehe es nicht. Was hast du für einen Shop? Fünf Gras-Heats will sie haben. Die werden mehr für fünf Gras-Heats für 30 abgekauft. Ja, und schon haben wir ein Viertelherz mehr. Okay, gut. Danke für nichts. Man, die Schuhe ziemlich cool. Diese X-Schuhe. Also die mit den Schnürsängen, die schwarzen. Ja, die habe ich mir gekauft. Achso. Hä, weil die immer noch da waren. Verschwinden doch in der Regel. Das ist für eine Tonne bei uns. Achso. Ich habe Müll rausgestellt. Wird morgen abgeholt. Zack, zack, zack. Warte mal, verliere ich jetzt eigentlich alle? Das wollte ich schon immer mal nachgucken. Guck mal. Und Nägel. Nee. Ach krass, der macht das immer fast. Ja, fertig. Haus ist morgen größer. Alter, du siehst ja auch sportlich aus. Gehst du jetzt gleich Basketball spielen? Oder was soll das? Sieht aus wie hier, 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 Johnny Silverhand von, hier, hier. Bin weiblich. Geil, ne? Du bist Joey Silverhand. Schwester. Es ist viel zu viel, was ich hier mal aufrolle. Wie geht das denn? Ich nehme drei Nudeln, rolle, rolle, rolle und habe so eine fette Frikandel hier auf der Gabe. Deswegen esse ich im Livestream ungern. Ja, sieht nicht ästhetisch aus. Vor allem nicht, wenn ich esse. Wie cool dich jetzt aussiehst. Ich schlag dich zusammen. Nimm mein Krokofleisch. Lass mich in Ruhe. Guck mal. Wo aufheben, gewinne ich ein bisschen Abstand. Sie rennt schneller als ich. Hat die schon Feierabend? Oh, der Tag ist schon vorbei. Wild. Ich will was zu essen. Weißt du, was sie mag? Egal, oder? Ne, ne, ne. Ich wollte der Oma mal Fisch und Chips anbieten. Die hat gesagt, das ist eklig. Dinkum. Dinkum. Klaver. Eat. Haben wir hier irgendwas cooles? Hast du irgendwas cooles zu essen? Wenn ich gebe, ich dir einfach ein Stück Fleisch. So, warte mal. Klaver. Klaver, Klaver, Klaver. Klaver, Fächer, Saita, Saita, Saita. Äh, ne, hier steht leider nicht. Gib mir jetzt ein Stück Fleisch. Okay, gib mir Fleisch. Wenn das die, Klaver, wenn die schon nach, äh, wenn die schon Klaver heißt, wenn das die so auf grün ist, wenn sie veganer haben ist. Habe ich übrigens auch die, die Hacken gelernt. Ne, die mag das. Sehr gut. Ja, wie stehen wir jetzt? Steht sie denn jetzt zu uns? Also, wenn du was machst, hat das gar keinen Einfluss auf meine Klaver, ne? Ja, doch. Wo so? Schade, Mann. Do you want to hang out? Ah, Sarah, thanks for asking. The thing is, I don't usually hang out with people I don't know. I, uh, that way. Sorry about that. Also, Slutlau. Um, dann lassen uns bitte ein bisschen question. I don't know if I'll ever be brave enough to underground by myself on some spot. Never mind. Oha, Kali baut weiter die City aus. Wie ich am Anfang sagte, lassen wir hier um, äh, um diesen Fluss hier ringsherum, äh, um den See rum, ringsherum bauen. Äh, bauen wir doch noch. Da hinten kommen doch noch voll viel mehr. Ähm, 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 oh, willst du mitkommen, Geld verdienen? Wie? Ein Alpha töten? Jaa, ich hab aber noch nichts zu essen, was. Ich hab kein Essen mehr. Also mein letzter Alpha war tatsächlich verbuggt. Da stand ich einfach bloß sinnlos in der Ecke rum und hab ihn getötet. Weil er sich nicht bewegt hat. Irgendwie ist Weihnachtslied das was. Ripp, 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 ripp. Muss man aber weilen, ne? Ist es schon langsam spät hier. Ah, dann lass los. Ja, hier, kochen kun reckonmer noch. Boko meat ist gut. Gut für die Zähne. Bis jetzt sieht das Game ganz gut aus. Ob ist schon am Zocken oder was? Ja guck mal. Kaum wird es im Chat angesprochen, wird es schon gezockt, von den Leuten hier im Chat. Geil, Mann. Ja dann, wo müssen wir hin? Oh, ist gar nicht so weit weg. Warte mal, jetzt hat sich irgendwie die Kamera Einmal gedreht da lang. Das müssen wir auch mal breiter machen hier, ne? Gerade gelacht darüber? Ja. Warum? Als du arbeitest. Achso, verzweifeltes Lachen. Mal kurz auf die Karte gucken und wir laufen weg. Was ist es denn für ein Alpha? Wahrscheinlich hier von den Hunden. Oder ein Känguru. Oder ein Krokodil. Keine Ahnung, sehen wir, wie wir da sind. Ein Speer zerbricht jeden Moment, aber ich denke mal, das ist nicht. Okay. So, da vorne ist er. Die ist noch auf der Karte, ne? Hast du die Känguru mit diesem Hörner? Ja. Warum hat das Hörner? Vor allem ist es nicht da. Doch, hier. Was soll das sein? Aua! Oha! Wow! Oh, es macht wieder was. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Aua! 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 Ist das wirklich ein Känguru? Cool, das ist nicht so ein Känguru. Aua! 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 Das macht das ja nur noch. Deswegen hab ich ja gesagt, warum hat das... Ach cool, du kannst einfach über die Aua! Welle springen. Okay, haben wir. Ja, du kannst es drüber. Dabei hat es ein Geweih. Hast du gerade gesagt, kannst du? Ja. Boah, das war ich nicht. Ich weiß. Okay. Ja, cool. Und hast du das beste Film? Joa, geh ich mal... Nee. Oder? Doch. Ähm, das war das nicht. Guck mal auf die Map. Ja, da ist jetzt nichts in den Augen drinne. Achso, achso. Ich dachte grad, wir wären fein. Müsste es theoretisch gewesen sein, ne? Ja, welches Känguru hat denn bitte schön Hörner? Ja, das hat ja eins. Ja, deswegen. Ja, aber das ist ja jetzt nicht zwingend ein Känguru. Das ist wahrscheinlich ein Kängurier. Muss man halt differenzieren, ne? Es gibt nie die Kängurus und es gibt nie die Känguris. Die Kängurus haben kein Geweih, die Känguris haben Geweih. Wir brauchen übrigens viel mehr Brücken, ne? Nicht nur hier, sondern auch an sämtlichen Inseln. So, ich würde jetzt tatsächlich, äh, dann jetzt Xcel spielen. Ich baue weiter. Wobei, Lust habe ich tatsächlich nicht so, ne? Also, ich habe ultra Bock auf Xcel, was den Boss angeht. Aber wir können ja nicht den Boss spielen. Wir müssen ja erstmal farben, damit wir die bessere Waffe bekommen. Erst dann können wir ja den Boss machen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein, zwei Stunden rumgammeln und Sachen looten. Bock habe ich da jetzt nicht drauf, muss ich sagen. Gar nicht richtig in der Sucht. Ja, aber voll. Ich bin am überlegen. Wollen wir im Hintergrund das Game runterladen? Ne, machen wir nicht. Ja, dann... Ja, weiß ich nicht. Soll ich... Ja, oder? Wir spielen Dinkum heute durch. Ja, dann spielen wir mal Dinkum. Ich glaube, das nimmt dir keiner im Übel. Aber Fabi findet Xcel, glaube ich, ganz okay. Ah, Dion fand's ja auch ganz nice. Ist halt so... Ist halt so ein Zelda-Ding. Also, es ist schon cool. Es ist halt nur... An einigen Ecken und Kanten ein bisschen... Achso, ich muss ja weiter drücken. An einigen Ecken und Kanten ist es manchmal ein bisschen belastend. Aber es ist ja auch noch Beta, muss ich noch dazu sagen, ne? Ja.